Sehen ist die Wahrnehmung von Licht. Bei Nacht kann bereits ein einziges Photon, die kleinste Lichteinheit, einen Seheindruck auslösen. Ein sonniger Tag ist um zehn Millionen Mal heller, doch das Auge passt sich diesen enormen Lichtunterschieden an. Wir sehen Objekte, die Lichtwellen abgeben oder reflektieren. Diese Wellen werden in der Linse des Auges gebündelt und erzeugen auf der Netzhaut ein Bild. Bedingt durch den Gang der Strahlen durch die Linse ist dieses Bild seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Die Netzhaut verfügt über zwei Typen von Lichtsinneszellen, die unterschiedlich spezialisiert und unterschiedlich verteilt sind. Für die Detektion von Farben sind die Zapfen zuständig. Sie erlauben das Photopische, das Tagsehen. Von ihnen gibt es sieben Millionen, hauptsächlich in der Mitte der Netzhaut gelegen. Das Skotopische Sehen, das Nachtsehen, ist die Aufgabe von etwa 120 Millionen Stäbchen. Sie können keine Farbe darstellen, sind aber 1000 Mal lichtempfindlicher als die Zapfen. Durch die unterschiedliche Verteilung von Stäbchen und Zapfen ist die Wahrnehmung in der Mitte der Netzhaut farbig und am schärfsten. Neben der Spezialisierung der Photorezeptoren passt sich das Auge auch aktiv an die Lichtverhältnisse an. Diese sogenannte Adaptation leistet die Pupille. Bei hoher Lichtintensität ist sie verengt, um die Lichtmenge zu reduzieren. Mit zunehmender Dunkelheit erweitert sich die Pupille. So fällt mehr des verfügbaren Lichts auf die äußeren Bereiche der Netzhaut, wo dann die Stäbchen aktiv werden.